hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder willkommen zurück bei ARK ja wenn wir im letzten mal haben wir hier unseren schönen steg gebaut und jetzt wollen wir versuchen hier die leiter runter zu klettern und dann runter zu bauen ohne runter zu fliegen gibt es hier auch ein Gewichtsvolumen oder was das irgendwann abbricht nein so was gibt es hier nicht schlecht ist nur wir können nicht weiter dran können wir hier noch ein dach hin machen irgendwie hier ein siebenidiot ne das geht nicht jetzt sind wir ganz schön runter geflogen müssen wir hier irgendwie ein dach hin machen mit nur ein bisschen leiter ja das müsste aber gehen der foundation einfach nur ein paar leitern drei leitern haben wir noch mehr brauchen nur eine foundation aber ja komm um 60 holz oder eine foundation müsste schon reichen haben wir mal ein bisschen zeug ja komm noch ein bisschen holz schadet nicht so basteln wir schnell die foundation so jetzt sind wir mal gespannt ob wir das da hinkriegen wir müssen nur irgendwie an die leiter kommen ja da bauen wir hier eine foundation hin und chest drauf foundation die machen wir mal schnell dahin relativ nah jetzt eine wand ne wende habe ich nicht genug oder kann ich direkt nein da kann ich nicht auch wende wende die hoch gehen und dann darüber wende 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 das ist die wende das ist wie immer reicht nicht zack gewicht drei wende würde ich sagen also 120 holz insgesamt da lacht er wieder normal 8 kriegst du einen auf die birne die wollte nicht umfallen nur los wieso kriegen wir kein zeug mehr raus er ist durchsichtig durch laufbar er war gut müssten zwei oder drei wende sein 123 passt muss reichen heiliger strohsack also beginnt tücken tücken tückisch jetzt mal gucken ob es klappt wie ich mir vorstelle zack zack schauen wir mal 7 1 2 3 guck mal das sieht doch schon mal schön aus so und jetzt machen wir hier 1 2 3 schöne leitern dran sieben kannst du dann bist doch ein kackvogel hier kann er keine leiter dran bauen da kann er leiter dran bauen 1 2 wenn wir da dran springen so können wir ok wenn wir jetzt noch ähm ähm äh blub 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 ne andere richtung nein nicht das ding auch nicht was ist das denn ähm blub blub die blub 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 und muss man bewegen Piste mitnehmen. Was nu? Gehunger. Brauchen wir nicht hier vorne soll ich dich mitnehmen. Lass nicht hier. Können wir vielleicht noch ein bisschen optimieren da aber sehr geil. Ach ist das nicht super. So und hier bauen wir uns unser Haus hin. Yes Baby. Ist das nicht geil? Fantastisch. Mensch bin ich happy. Ihr glaubt es kaum. Ähm nö 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 nö. Wand, ja Wand können wir hinstellen. Dieben Wand kommt. Mit Fenster bitte. Nein mit Fenster. So wir brauchen ne Kiste. Leider brauchen wir direkt mal ne Kiste. Ne wir brauchen erstmal eine Foundation. Habe ich nicht noch eine? Leider nein. Foundation und Kiste. Wichtig. Kann ich noch eine Foundation bauen? Ja kann ich. Und Kiste. Kann ich. Ist halt ne Kiste. Ja. Passt. Hupf. Nicht. Nicht ha. Und nicht ho. Schon gar nicht hui. Ah. Oh. Eh 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 eh. Perfekt. Dann machen wir hier noch zwei Wände dran ne. Äh äh decken. Jawohl. Boing boing. Geilo. Ne 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 mach weg. So und jetzt stellen wir direkt mal ne Kiste. Stellen wir einfach da in die Ecke erstmal hin. Oder scheiß egal. Wir stellen sie auch hier in den Eingang. Ist egal. Wir stellen sie hier in den Eingang erstmal. Hauptsache wir kriegen da Zeug weg. Hup. 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 Kiste. Na gut stellen sie nicht mit weg. Erstmal. Klapp. Kiste. So. Jetzt können wir mal gucken. Und was haben wir denn da schon für einen Sattel. Wir haben einen äh äh Schildkröten Sattel. Ein Patschi. Patschi war so ein Kopfschläger. Und was ist das hier? Noch ein Patschi. Ein Patschi. Ja das ist schön. Vielleicht nicht ganz. Das ist super. Will ich aber noch nicht gebrauchen. Weil wir noch nicht äh nichts haben. Da tun wir mal als Ersatz weg. Und dann tun wir mal als Ersatz weg. Das Ding stellen wir jetzt hin. Sieben. Ähm. Wo ist das hier? So kacke. Ja. Wo ist hier so kacke? Egal. So schön. Da können wir Pären und Pästchen rein. Pären. Dingsbums. Konsumgüter. Wenige. Go. Sieben Stück. Geil. Das geht schon mal. Ach ist das. Sowas von fantastisch. Ich liebe es. Wo ist unser Feuer? Wir brauchen Feuer. Feuer. Zum Hintern aufwärmen. Äh. Puh. Oh. Wir stellen eins hier hin. Und als dann hier. Falls kalt wird. Dann erstmal genau. Hier neben. Öffnen. Ein paar Dinger rein. Ein bisschen Holz rein. Fünfzehn Stück. Anwerfen. So. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Ach ist das. Das ist so geil. Macht so viel Spaß hier. Ähm. Wupp. Zeig mir her. So. Werden wir uns mal einpacken. Ein Bogen habe ich auch noch zu viel. Auch gut. Ein Bogen rein. Und ein paar Pfeile rein. Pass mal auf. Ein paar Pfeile. Ach. Passt nicht. Das ist schön. Äh. Wie wird wenn wir einen Schrank bauen? Wände. Wände bauen. Schrank bauen. Wir brauchen Wände. Schrank. Wir brauchen alles. Wir gehen bis 400 Gewicht. So. Jetzt kann ich noch mal gucken. Was wir denn noch herstellen können. Könnten herstellen. Ähm. Lass mal gucken. Lederhose. Hemd. Dingsbums. Werden wir brauchen. Eine Large Wall. 160 Holz. Vier mal so hoch wie normale Wände. Boah. Ja. Da kannst du ja ein riesen Ding bauen. Ne ne ne. Wassertank. Könnten wir auch machen. Raptorsattel. Weiß ich nicht. Mh. Werkbank. Schmiede. Satir. Satir. Betäubungspfeile. Jawoll. Mantehalter für Trophäen. Stone Light. Da brauchen wir noch alles nicht. Armbrust. Pike. Wasserglas. Oh. Kristallführer. Heiliger Strohsack. Beerenfalle. Manta. Dingsbums. Was nicht alles. Wie soll ich denn Manta betäuben? Eine Sichel. Sichel war für. Sichel. Pflanze Toilette. Okay. So weit ist es. Noch nicht. Ähm. Okay. Holz sammeln an für sich. Wo soll ich Holz sammeln? Hier oben oder unten? Ja. Loch könnte ich ja hier oben. Ja. Ähm. Ich hab hier gehören. Respekt. Hab ich einen Speer? Ja. Hab ich. Da ist eine Foundation. Noch eine Foundation daneben. Schau mal. Schau mal. Zick zack. Foundation. Keine Faser mehr. Bis geblinke da hinten ist ein bisschen kacke, ne? Wieso er das macht? Wieso er das macht? Der Krasse hoch ist. Hier müsste irgendwo noch so ein Gammeltyp rumliegen. Aber egal. Häpp. So. Jetzt. Foundation kommt noch dahin. Plöp. Und noch eine. Und noch eine. Wir machen direkt vernünftige Größe. Geperler Dinge. Hier hin. Und noch zwei darüber. Anständige Hüttengröße. So. Wände. Wände. Wände wollen wir jetzt bauen. Brauchen wir so viele. Warte mal. Wir gucken mal die Foundation. Eins. Zwei. Mindestens zwei. Mindestens zwei Foundations noch. Und unten können wir direkt wie so ein Zoo aufmachen. Wo unsere Viecher leben. Ne. Könnte ich hier runterfallen. Wenn ich blöd bin. Ja. Aber eine Tür und Wände hätte ich noch gerne für so ein Dach und so. Äh. Okay. Ich fass mal gerade dagegen. Oh. Okay. Na. Das Wandel ist dunkel. Zieht mich an. Äh. Das kann ich nicht sagen. Wandel ist dunkel. Da scheiß ich mir die Hose vor. Da knurrt zum Beispiel was. Was ist das? Was hat hier Knurrt? Der Spucki. Ah Spucki. Ah Spucki. Daneben. Penner. Damit müssen wir immer wieder rechnen. Und wir müssen auch mit Raptoren rechnen. jetzt denke ich am liebsten die Wände schnell fertig, aber die würden wir alle gerne hätten Okay, da habe ich zumindest noch zwei Foundations oder wie viele Eins, Zwei, Drei, Vier am Besten haha Okay, Foundations Schwupp, Schwupp Eins, Zwei, Drei, Vier Kann ich bauen, sehr geil Bis Vier und Gewicht wollte ich gehen Zack, okay Ich habe schon wieder Level Aber gerade verbuddelt Verdingenst Foundations, da sind sie Sind schon unten Sieben Eins Zwei 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 Nicht runterfallen Alter Bleib cool Wir wollen hier nicht runterfallen Nein, nein Jetzt können wir Habe ich nicht, habe ich hier reingestaubt zufällig Okay, wir haben nur noch eins Egal Sieben Plöp Flöp Ja, zwei, drei, vier Dann haben wir eine gute Hütte Von der Breite her Würde ich sagen, oder? Und dann müssen wir anfangen mit Wände Und dann müssen wir anfangen mit Wände Ich würde gerne einfach unten Naja Ich weiß noch nicht, ob das mehr bringt Halt, zeig mal her Wir wollten da rein, wir müssen da was rein tun Okay, pass auf Okay, pass auf Die nehmen wir mit Falls die eine verreckt Ich dachte, die können wir schon mal wegschmeißen Dann schmeißen wir einfach raus Hier Alaaf Kölle Alaaf Hopp Zack Warnüberbauch Das ist eine Gabe Hepp So Kann ich die Kohlen in Feuer schmeißen? Nee Aber ein Futter kann ich raus Futter ist gut So, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen hacken Bin ich schon so überladen? Nö Wände Ich müsste ein für sich Wände bauen Okay, Wände bauen Boah, kam hier Holz raus Wände Wände bauen Wände bauen Okay, wir ziehen uns das einfach da hin Und wir müssen ja echt viele Wände bauen Pasern haben wir Wir brauchen Stroh und so ein Shit Na, bauen wir eine Wand Hier hacken wir Stroh raus Hier auch Hier auch Oh, mega viel Stroh Oh Oh Hier tolls Was ist los? Ein riesen Baum Der rumt auch weg Haben wir schon mal ein paar Wände Hier Wie ist es vom Gewicht her? So Hier ist im Moment schön friedlich Das gefällt mir Ich kann eine schöne Ruhe bauen Jetzt bringen wir den Shit erstmal zurück Ja Ja Lauf Ist es kühl? Ja, da wird auch langsam eng, ne? Wir müssen für die Nacht Lauf nicht zu kalt werden Lauf nicht zu kalt werden Höp So Jetzt bauen wir die Wände ein Ähm, was tue ich dafür raus? Hier, die blöde Zwille tue ich mal raus, ne? Glaub die brauchen wir erstmal nicht Hier Mit Fenster Klar mit Fenster Überall Fenster Zack Zack Hier kommt die Tür hin Machen wir eine Etage höher, oder nicht? Machen wir eine Etage höher, oder nicht? Äh, da hin Ok ich hab schon gut was gebaut, sieht ganz gut aus, ne Tür, haben wir ne Tür? können wir ne Tür bauen? hat ne Tür? ne ne Fetschtür nicht, Holz bitte, prima zack, geilo, das gefällt mir, da machen wir auf jeden Fall noch ne Etage drüber, dann solltest du den wärmeren Ort suchen, hier ist warm, da soll sich nicht der Sinne zu doof sein hier, einen Schrank brauchen wir jetzt, die Schrank und so machen wir in die Mitte? keine Ahnung, ist denn hier unten noch Viehzeugs, ich seh keins, das ist aber verdächtig ne, wenn ein Viehzeugs da ist, da hinten ist ein blauer Strahl und der kommt grad runter, wenn wir den da hin, wir können nicht versuchen ne, kletter mal runter, wie viel hat haben wir dabei, wir haben zu viel, verdammt wir haben keinen Schrank, wir brauchen nur einen Schrank, den müssen wir gerade irgendwo hinstellen, das kostet einen Schrank, wo ist er, Schrank, der kostet, ruft Scholz, ok einmal gehen wir noch, öffne dich, da ist Holz, hier, toll, ein Schlag, einmal kaputt, da ist der Schrank fertig, schau ich, schau ich, Schrank, Bauenschrank, ist fertig, ab nach Haus, da können wir da noch Zeug reinschmeißen, ziemlich gut, alles ziemlich schlecht, fuck, ich hole mein eigenes Haus mit rein, also Rampe, 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 wo brauchst du ne Rampe, da, ruft sich Holz, was ist das für ein Ding, der steckt fest, alter Schwede, Rampe, und da, irgendwo kommt er drunter, jetzt wird heiß, jetzt wird kalt, ab dafür, ja, das ist natürlich nicht schlecht, dass hier in der Nähe so ein, naja, Schuhe, wir haben Schuhe, danke, Schuhe, ja, Schuhe ist wichtig, ne, äh, sonst sind die nackten Arsch hier rumrennen, aber Schuhe, Drehschnitt, prima, einmal voll machen, Lampe hinkleben, da sind wir, Tür zu, Banken stellen, Volk rausschmeißen, ja, ich stelle einfach mal, ist, ist egal, stelle, ähm, rein, super Schrank, rein damit, rein damit, rein damit, zwei Türen gebaut, auch nicht schlecht, runter, nicht aufheben, ein bisschen verrückt, Affe, go, lauf, machen wir die Fackel an den Gürtel, weiß, was da kommt, warum bewegt sich denn der Baum, Hilfe, im Wasser ist das am Rand, das kann nicht so weit sein, oh, what the fuck, meine Stadt, wie viel Zeugs, T-Rexe, oder was, wo bin ich hier, nein, 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 alter, alter, what the fuck, wo bin ich, warum ist er mein Leben, nein, hast du Hilfe, okay, der blaue Strahler wird warten müssen, in jedem Fall, Lauf zurück, äh, Mutti, ich hab Angst, lass uns, gehen, alter Schwede, wo, 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 sowieso, war ein Artie-Rexe, hier wird ne, 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 fetsch, fetschräge, immer schnell, äh, 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 Rampe, aus Fetsch, die wird die nicht, ja, oh, haben wir keine Rampe aus Fetsch, doch, da, Ruf, ja, wir machen Ruf, Ruf ist on fire, oh ja, ein Ruf, Ruf, was ist jetzt los, Hunger, okay, eins, zwei, drei, mach die Fackel wieder aus, hier, neun, 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 mach's wieder an, alles, äh, okay, hier, das geht nicht, du willst dich doch verarschen, oder, in dem Stein da, nicht mehr allein, Schweine steigen, und jetzt, geht doch, kann man sich nicht umgucken, ne, hold, showless, ach, da kann ich sehen, Tag 1, ist immer noch Tag 1, aber jetzt wird dunkel, nächstes Ding ist da hinten, irgendwo, auf dem, ja, ich weiß doch, was da hin soll, aber das da hinten, Freunde, das hat mir überhaupt mit gefallen, alles, wie war das für Viehzeug, es kommt denn da rum, ich bin hier leicht gesporn, nicht brutal, Alter, äh, ja, wunderbar, wir brauchen einen Trike, wir müssen Pären sammeln, Pären und Bestien, dafür brauchen wir leider, brauchen wir Narkotik, haben 10 Narkotik, nee, narkose, Pfeile, ja, gut, okay, die könnten wir auch schon herstellen, 10 Stück, okay, davon können wir was da rein tun, so viel brauchen wir nicht, nochmal die Hälfte rein, ja, ich weiß es nicht, ähm, ja, liebe Leute, die Aussicht hat mich ziemlich schockiert, da hinten, wir brauchen Dächer und so weiter, ich versuche mal hier weiter zu, wenn hier ein T-Rex hinlatscht, der macht, der hackt meistens alles kaputt, dann war das mit unserer Base hier, es regnet, es segnet, ähm, ja, ich hoffe, es wird nicht kalt, liebe Leute, ich hoffe, euch das gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal, in diesem Sinne, haben die Ehre, bis dann, bye bye, ciao.